Hallihallo und wer erkennt die Truppe hier? Ja wer erkennt sie denn? Da sind die Hermine Kids, die Kleinen. Jetzt mal eben doppelt so alt, wie als ich in den Urlaub gefahren bin. Und dreimal so groß und viermal so frech. Na, du bist das Kümmerling, das Kleinste. Ei, da sieht man gar nichts mehr davon. Ja, Stimmchen. Hier ein super hübscher gestromter Gelbe.